Nein, das ist scheiße. Man muss es nicht. Das ist doch zum Kotzen. Wo ist der? Ich gehe erstmal weg. Mal eben HP wieder auffüllen lassen. Wo ist der Typ? Ich kann glaube ich auch, oder? Kann ich weiter nach unten? Unter mir ist scheinbar noch... Ja, da ist noch was. Ich mache mal eben ein bisschen Löcher an den Boden. So, habe ich euch da unten erwischt? Da hinten ist wieder einer. Aber irgendwo hier rechts muss noch einer sein, glaube ich. Da ist ein tiefes Loch. Hier ist sonst... Ne, hier ist niemand. Keine Ahnung. Egal, wir haben hier... Ja, hier ist alles erledigt. Auch meine Freunde sind Angst vor mir. Okay. Untergrundpassage finden. Das ist vermutlich da, wo das Loch am Boden ist, weiß ich nicht. Na komm, ich mache es einfach kaputt. Ist hier noch irgendwas? Feuer. Oh, Feuer. Ich liebe Feuer. Feuer rot. Aha. Oh nein. Ich höre genau die. Nein, ich mag sie nicht. Shit. Gut, ich sollte ein bisschen... ...vorsichtig sein. Mit meinen wenigen... ...Scheiße. Genau deswegen. Äh... Wo geht's lang? Hier ist... Ende. Dann müssen wir hier wahrscheinlich lang. Ja, ach was. Ja, ja. Wir werden nicht stoppen. Gut, das war ein bisschen verantwortlich. Ist hier vielleicht noch irgendwas drin. Ich meine hier ist Wasser und man kann hier rein. Dann kann man ja vermuten, dass hier irgendwas tolles noch ist. Okay, ein Medipack. Oh, warum ist man so langsam im Wasser? Wobei, naja gut. Ich meine, wir schwimmen freihändig, tragen dabei noch unsere Waffe. Vielleicht ist man da ein bisschen langsamer. Zusätzlich tragen wir auch noch einen Sniper und einen Granatwerfer und einen... ...kombinierten Granatwerfer und ein schweres MG und einen Raketenwerfer und ein paar Pistolen und Uzi's. Ja gut, vielleicht kann man da mal ein Auge zudrücken. So. Nimm das. Aua. Und ich hasse das, wenn ihr mich mit Granaten beschießt. Wisst ihr das? Hier für dich. Nur ich darf mit Granaten schießen. Ihr dürft das nicht, weil das ist gemein. Hier für dich. Nachladen. Genau, kann man auch mal nachladen. Für euch. Ja, habt ihr jetzt davon. Boah. Ich find's auch gut, dass die Waffe immer schon... ...Gegner anzeigt, die man noch gar nicht gesehen hat. Woher weiß die Waffe das? Hier für dich. Ich hab sogar beide erwischt. Na, habt ihr Spaß? Ja, sieht aus, als hätten die eine Menge Spaß. Hier komm ich auch durch. Hier komm ich auch. Ach, ich muss... ...wieder dezenter hinweist, dass wir vermutlich hier durch müssen. So und so und ich geh mal weg. Okay, ich dachte, die hätten ein bisschen mehr... Hä? Hä? Was war das jetzt? Wieso... Was hat der gemacht? Wieso ist das hier gerade explodiert? Hm, komisch. Okay. Eine... Karte? Wir kommen von da, ja? Ja. Ja, Sachen kaputt machen. Wer ruft denn hier um Hilfe? Ich bin da, um dir zu helfen. Wo bist du? Hm. Ein Flugzeug. Äh, moderne Kunst. Kann ich hier rein? Nein. Noch wieder eine Karte. Oh, ein Elefant. Ne, doch. Ich glaub ein Elefant. So, da steht böses Fahrzeug vor der Tür. Ein Fernseher. Tja, Fernseher kaputt. Hier für euch. Ich geh mal... Die machen mir ganz schön Schaden. Irgendwie, wer ist denn das da? Ähm... Hier? Wieso kann ich den nicht töten? Und hört bitte auf, mir mit Schrotflinten ins Gesicht zu schießen. Hier für euch. Oh, du hast da was am Bein. Oh, schade. Ich glaub, der mochte mein Geschenk nicht. So, eigentlich wenn wir hier jetzt rumlaufen, kann ich ja auch mal... ...die hier benutzen. Ja, vier sind immer noch am Leben. Oh, rumballern. Ich liebe rumballern. Oh. Nachladen. Ich liebe nachladen. Hier nimm das. Shit. Fuck, jetzt haben die die Granate direkt vor mir. Also, wer beschiss mich hier mit Granaten? Okay, ich brauche Energie. Ähm... Ich mach das mal im Anlass. Ich nehme meinen Sniper. BAMS! Ich glaub, das war grad ziemlich Glück, dass die mich nicht erwischt hat mit der Granate. Sonst wär ich vermutlich tot gewesen. Ähm... So, jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen hier für dich. Ich glaube, hier sind wieder feindliche Sniper unterwegs. Da? Ich hab dich gesehen. Irgendwo. Da. Mist. So. Wer bist du? Du bist... Verbündet. Ist hier oben noch jemand? Oh ja. BAMS! Verstecken die sich hier in der Ecke. Okay, ja. Das sind Verbündete. Was geht hier so ab? Hier ist sofort. Nimm das. Schade. Man kann ihn nicht kaputt machen. Toll. Die sind total nutzlos. Zwei Leute waren... Oder zwei Sniper waren hier von meiner Seite und die haben überhaupt nichts getroffen. Idioten. Autsch. Verdammt. Mann, jetzt stirbt doch. Alter. Einmal schieß ich gegen den Baum, einmal gegen die Laterne, einmal... Aua. Gegen dieses andere Teil. Okay, irgendjemand habe ich erwischt. Hier. Falls da... Oh, da war sogar noch jemand. Nur mein Vorsitz. Zauber ein paar Granaten noch hin. Ich glaube, da war auch noch jemand. Autsch. 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 Das war zwar nur ein Armschuss, aber er ist davon gestorben. Okay. Hier ist irgendwie auch nichts. Wo soll ich denn weiter? Oder muss ich hier irgendwie bei der... Kann ich hier rüber? Von hier? Ah. Oh. 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 Okay. Okay. Wir haben nur eine Chance. Du hattest die Railgun. Ich hoffe, die Gegner mit Railgun, die uns jetzt begegnen, sind hier nicht so beschissen wie im ersten Teil. Dass sie immer schon schießen, bevor man die überhaupt gesehen hat und man dann direkt tot ist. Na gut, wobei, hier kann man ja nicht auf einen Schlag sterben, nur wenn man keine Medi-Packs mehr hat. Hoppla. Entschuldigung. Aber wieso hocken die auch immer in den Ecken? Genauso wie die hier auch in den Ecken hockten. Und die waren böse und der andere war natürlich jetzt ein Verbündeter. So, auf die hätte ich jetzt auch schon fast wieder geschossen. Oh oh. Hier, nimm das. Geh weg von mir. Ich hasse diese Krabbeldinger. Vor allem will ich jetzt eigentlich mein Munizum damit verschwenden. Ja. Ihr Schweine. So, alle tot. Warum werden die eigentlich nicht von diesen Dingern angegriffen? Das ist voll unfair, wenn die... Autsch. Hör auf mit Granaten zu schießen. Das ist voll unfair, wenn die immer nur uns angreifen. Oh. Der war wieder verbündet. Ähm, aber wo soll ich denn... Ich komme von hier. Ähm... Achso, hier ist ein Loch. Ah, da kommt... Okay. Hab nichts gesagt. Und wir sind wieder im Dreckwasser. Na toll. Ja, Schmodderwasser. Ich liebe Schmodderwasser. Ich glaube, ich muss hier durch. Ähm... Oder auch nicht, dann... Habe ich mich halt hin. Und da ist Quill. Und ich glaube, Quill ist quasi unser erster... Boss. Ja, Zombies. Zombies mit Waffen. Ist die da im Fenster immer auch? Ne. Okay. Wie viel Radar-Munition haben wir? Drei. Das ist nicht so viel. Aber wir haben ja hier von jede Menge mehr. Boss, die sterben nicht mit einem Schuss. Oder habe ich den gar nicht richtig getroffen? Hm, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen hier aber mal raus. Kann ich das da einfach wegsprengen? Ja. Sehr gut. Und dann nehme ich mal etwas Explosives gegen die Zombies hier für euch. Eigentlich kann ich die auch in Brand stecken, nehme ich an. Hier. Für euch. Halten die das... Was? Das macht denen nichts. Na toll. Und... Alter, beschießt die Schlante uns da oben mit Granaten? Das muss ich ja mal eben näher untersuchen. Ne, der Typ beschießt uns mit Granaten. Fuck. Stirb. Ach, das ist sie gar nicht. Das ist ein anderer Sniper. Ja, ich kriege. Das ist ja mal aus. Das ist natürlich ganz einschellschaftlich. Das ist ja halt zwar in prawdjih eigentlich. Ja, aber ich weiß nicht.